Frenkel Frotzelt Heute Let's Play Together Army of Two The Devils Kartell Ich weiß das echt zu schätzen Sie sind überall Da Also das würde ja mal irgendwann wieder aufhören, oder? Scheiße, was ist das jetzt wieder? Kacke, jetzt kommen sie von hinten wieder Wo? Aus irgendeinem Loch Kriechen sie wieder raus Die blöden Pisser Da ist noch einer Tja, und jetzt? Ich hab auch wieder meinen Superfuß Soll ich den mal nehmen? Ja, das nutzt ich doch nur, wenn Gegner da sind Oh, scheiße, ich geh gleich drauf Schnell weg Oh, weia Ich bin ja verwundet Ich bin verwundet Ich bin getroffen, ich brauche Hilfe Hallo Ich bin auch verwundet Jetzt? Jetzt haben wir verloren Wir haben wieder Und wir dürfen wieder von vorne spielen Nein Nein Na ja So kriegt man die Zeit auch tot Das kann doch nicht sein, ey Wir haben ja jetzt wirklich Ich hab keine Ahnung Von wo die überall kommen Keinen Schimmer Also es ist jetzt schon zweimal gesehen, dass sie direkt vor mir plötzlich im Auto aufgetaucht sind Oder dann plötzlich irgendwie durch eine Wand Ja, die verstecken sich da Vielleicht soll man nicht zu viel Munition verschwenden Vielleicht sollte man nicht zu viel rumrennen Aber andererseits, wenn sie nicht rumrenzt, dann findest du sie auch nicht Nee Dann zerbrüßen ja die ganzen Gebäude und alle So, Freunde da draußen vor die Fernseher Das wird jetzt der letzte Versuch, da habe ich die Schnauze voll hier Ja, dann ist eh Ende Gelände, ne? Aus die Maul Also, auf ein neues Pisspenner Au, scheiße, ich hab das hinten richtig Dicks gedrückt Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Doch, das wolltest du Wollte ich nicht Das lohnt sich doch gar nicht Hoppala Doch, das ist super So Aua Aua Jetzt schon Ja, da kommen sie wieder mit dem Auto an hier Die blöden Pisspenner So, mal nachladen Das denke ich wieder ganz gut Zwischendurch Tot Ist tot? Nee Der Gegner ist tot Achso, knapp Oh, kacke, die ganze Wand haut es weg Scheiße Ja, jetzt schießen sie wieder aufs Auto und dann explodiert es, das kennen wir ja alles schon So, wo seid ihr blöden Idioten? Hallo? Hallo? Schau mal auf der Rückseite vom Haus, ne? Schalt sie aus! Was? Ich pass auf dich auf! Halb'n Scheiß! Mann, ein Dreck ey! Ich seh' mal auf niemanden! Äh, also ich vergrieche mich jetzt nochmal in das Loch, wo ich schon mal war, das weiß ich mir für voll verspächtet Also dann bleibst du da links Uh, hallo? So, da war es mal ganz cool Den geht natürlich nicht die Munition aus, ne? Ist klar Natürlich Es sind auch ein paar mehr, ne? Aua So wird das nichts, ey So, mein lieber Freund, da hinten Du bist tot Sonst machen wir gleich an der gleichen Stelle zusammen, oder? Ihr Scheißkerle Hier kommt ein Geschenk Da ist einer! Ich seh' ich seh' ich seh' ich seh' Ich kann auch was sehen Unter Zaun! Hier kommt ne kleine Aufmerksamkeit So Einen Verstanden Scheiße, jetzt kommen sie wieder direkt vor mir Ich kotze! Ah, kacke! Kacke! Ich bin tot! Was? Ich bin sowas von tot Ich bin verwundet Verdammt, was für ein Glückstreffer! Hilfe! Du musst einfach nur in die Richtung Wo das rote Zeichen ist Du bist lustig Ich komme dir ja sogar schon entgegen Da ist das Auto wieder genau vor mir aufgezogen Ganz viel unattent Ganz viel unattent Gute Arbeit! So sieht das aus! Meine Güte ey! Na toll Jetzt bin ich verwundet Ich bin auch da wo du gelegt warst Ich bin auch da wo du gelegt warst Halt still! Ach das sind ein paar Typen wo? Ich hab' Granaten für Vorhafen Das hat sie wohl aufgehalten Ich muss mich jetzt erst einmal ein wenig erholen Jaja, mal zurückziehen hier da Das ist ja nicht gesund Nö Wofür geht dann die Ammo bald aus? Leider Mann, können die uns mal abholen hier jetzt? Ich weiß gar nicht, ob das so geplant war Dass wir abgeholt werden Aua! Die laufen jetzt gerade alle da hinter Ich hab' gleich nix mehr Bruder Jetzt geh ich jetzt mal von der anderen Seite wieder rüber Ich hab' gleich nix mehr Bruder Jaa, blöd ne? Jaa, ziemlich blöd Kann ich nur mit der Handknarre dann hier Mit der Handknarre? Naja, mit der kleinen Pistole da rumzueiern Jaa, mit der Handknarre ist blöd Ich schieße lieber mit der Fußknarre Bist so doof Bist so geiler, die Fußknarre Okay Jaa, ich renne jetzt gerade mit dem Pistilus hin und weiß nicht, wo ich hin soll Weil Die sind ja ganz schön doof zu uns, ne? Jaa Jaa Auch, das ist schon ganz schön schwer Jaa So, dann bin ich auf die ganz andere Seite durchgeschlagen Und jetzt versuchen sie mal zu flankieren, die kleinen Penner Jaa Man sieht aber halt auch nothing So, da hinten ist einer Und das ist jetzt ein Ex Die kommen von hinter der Tankstelle So, wo ist denn hinter der Tankstelle? Hier bei mir Ja, dann geh weg da Geh weg da Geh weg da, ja? Ich bin jetzt da bei dem Wohnwagen Ah Mone, geh weg da Ich sag geh weg da Jaa Jetzt muss ich da wieder zurück Jaa Jaa Geh von dahinter der Tankstelle Geh bitte weg Komm zu dem Wohnwagen Da bin ich jetzt Ist doch die andere Seite gewechselt Boah, scheiße Was macht er denn jetzt? Hallo? Ja, ich hab mir gedacht Wenn die von der Tankstelle kommen Dann rieche ich da woanders hin Jetzt trennen sie mich aber wieder Ich weiß nicht warum Ich seh die denn jetzt Irgendwo auch da, Alter Ein Schweinchen Ein Schwein zum Stau Ah, krank doch die Wand an Da bist du hier Gut So Also Jetzt gehen wir das mal strukturiert an Mach hin Was? Was? Was wollen die von uns? Oh Oh Also ich werfe jetzt da mal irgendwie Gehen die lustige Handgranate einfach in die Richtung Ich bin jetzt hinter den Trailer Ich hab einen erwischt Also die sind da wo die Flammen sind Das heißt es ist gut ausgeleuchtet Man müsste es ja gesehen können Irgendwas tippt da Ja, was macht man da? Ich geh da weg, Mone Das ist äh Ein bisschen ist kalt was du da machst Aber ich muss doch da hin Ich weiß nicht Ich dachte ich Ja, da bin ich doch mittlerweile schon links wieder weg Aua Ja, weil man sieht nun nicht Ich weiß nicht, wie steckt Aua Wird hier ständig erwischt Ist auch eine Hüterungszahl Oder? Ich weiß nicht, wie der ist So, jetzt pass auf Jetzt hab ich mir hier mal meine Position erarbeitet Komm da läuft einer glaube ich Da hat sich gerade einer bewegt Glaube ich Oder auch nicht Scheißen Dreck ey Ja, auf jeden Fall lad erst mal nach Genau Da ist doch der ja Kann ich sein Ich glaube wir sitzen hier aber ganz gut Doch nicht Sage mal Wo stecken du? Wir werden jetzt auch mal ein paar Autos wegschneiden Hm Blöd Die wollen uns rauslocken Da ist einer Da steckt einer von den bönen Idioten Jetzt hol ich ihn mir aber ein Flucht nochmal Warum geht das nicht durch? Man kann nicht durch die Reifen schießen oder was? Pass mal auf Ich hab jetzt auch einen gesehen Aua Ich weiß aber nicht, ob ich ihn erwischt habe Ich hab ihn Woll So, wie viel denn noch bitte? Ja, es muss jetzt mal Ende sein Da ist er noch Einer der Karre ist er noch Ja, 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 ja Hab ihn Wir müssen weiter Oh kacke, jetzt hat sie mir die Decken weggeschossen Noch einer Ich bin da durch Geh weg, ich schieß grad auf einen Die erschießen mich doch Oh, jetzt hatte ich den so schön im Visier Ja Boah, ist ja urscht ob ich sterb, ne? Nein Ist ja wahrscheinlich egal ob ich sterb Ne? Woher ich denn jetzt wieder geht So, jetzt auf ins Publikum Dreckskacke, ey Ja, ey Ja, ey Der hockt hinter dem Auto Dann hole ich mir den jetzt gleich Ja, ja Ich hab ihn erwischt So Das sind jetzt noch zwei hinter dem Auto Einer Wisch Mit flankieren und allem Beepa Oh Woll Jetzt geh ich da hinten rum und hole nur die Arschschrecken Was ist das? Wie geht die Munition aus? Ah, da kommt noch mehr von der Sorte Aua Bäm Bäm Auch nochmal zwei erleben Pisser So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja Viele können da jetzt echt nicht mehr rumlaufen Wirklich Hm Ich könnte in den Unverwundbar-Modus wechseln Mai aber jetzt nicht, ne? Weil ich ja blöde Läufst du ja gerade ab, ne? Ja Irgendwo müssen sie ja stecken Ja, da holst du einer Hau ab da Da ist er Wo? Ah, kacke Ja, Gott sei Dank Auch tot Mal sehen, wie's Mason geht Ah Gott Meine Fresse Ja, willst du bitte speichern? Irgendwas? Ja, willst du schon selber speichern jetzt So, wo ist es unterkommen? Nach Mason ziehen Was sie denn Ammo aufsammeln? Mason, kommen! Was ist passiert? Oh oh Hat jemand überlebt? Mason! Hörst du mich? Hier ist Alpha, ein Kumpel von Mason Wer ist da? Alpha Hm Dann ist Mason wohl tot Dann hab ich's also jetzt mit euch zu tun Verbindet eure Masken mit dieser Frequenz, dann schaffen wir das schon Das werden sie büßen So, Freunde Feierabend Es wurde nicht so doll angeguckt, ja? Das Let's Play Und deswegen holen wir jetzt an der Stelle auf Ja Ja, allen die trotzdem du besucht haben, vielen Dank Ja, ihr seid super Ein Trost-Like könnt ihr uns noch da lassen Ja Also, ich sag ciao, ciao, bye, bye, auf Wiedersehen Macht's gut! Und